Manchmal, liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Gute Ball-Zirkulation, was wohl als nächstes kommt. Sucht die Lücke. Da ist die Show. Da ist ein Super-Tür. Josef Elidzic. Josef Elidzic. Den muss er machen. Ab in Richtung Ersitz. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also, schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden.